Zombie-Cryptor. Okay, auch gut. Dies ist ein guter Ort zum halten. Aus dem Weg! Aber ja, wie ich den Panzer mag. Meine Rüstung ist da. Ist das dein Ernst? Los geht's! Jetzt klaut uns der Angreifer da. Dies ist ein guter Ort zum halten. Tatsächlich die Ressourcen. Laden! Gucken wir mal, was für Aufgabe hat denn... Oh, hier wird wahrscheinlich einer der Altare sein. Ja, also die Höhle am Wegesrand zerstören. Gut, dass wir das jetzt schon angenommen haben. Ich jage alles in die Luft! Ihr habt eine Aufgabe für mich! Los geht's! Ja, die Höhle am Wegesrand ist ja hier bei der Stadt. Los geht's! Und Korol da oben braucht auch Hüpfe. Dann gehen wir auch gleich mal da hin. Ja, es gibt halt keinen Schnellzoom. Ja, es ist Schnellscrollen. Ja, oder mir, das... Wir werden angegriffen! Achso, so, oder mir sind wir vorbei. Dies ist ein guter Ort zum halten! Ja, jetzt habe ich rechts geklickt, nur um nach meinen Units zu gucken. Und das davon war raus. Ruin des alten Turms. Und ja, die Höhle am Wegesrand, das ist die hier. Ah, ja. So, Rudami hat noch was für uns. Und dann können wir noch nach... Dings, nach Korolt hochgehen. Gucken, was die für uns haben. Okay, die Krypte da oben zerstören. Naja, ich hätte eigentlich ganz gerne nicht so viele Gobbos. Mit einem Trupp weniger wäre ich... Hätte ich ein bisschen Führerschaften mehr. Ja, das hier ist eine Goblin-Stadt. So, Brigantenunterschlupf zerstören. Riecht hier irgendwas verbrannt? Und er fragt nach der magischen Quelle. Jetzt aber erstmal die Höhle am Wegesrand zerstören. So, gibt Geld. Gut, Rudami, ihr braucht schon wieder Unterstützung. Ja, wenn ich sehe, dass eine Stadt-Unterstützung braucht, gehe ich hin. Und nehme es an. Einfach, weil wir auch das Gold brauchen. Und ja, Rudami ist eine Stufe 4-Stadt. Ah, cool. Deswegen hat es auch gleich Kämpfer, Berserker, Schamanen, Plünderer, alles eigentlich, was die Orks so haben können. Magische Quelle, natürlich, die kennen wir. Wir gingen mit Freuden dorthin, um die Ordnung wiederherzustellen, aber die Zahl der Untoten in dieser Gegend ist zu stark angestiegen. Sie scheinen von ihrer Magie angezogen zu werden. Ich werde euch zeigen, wo ihr sie finden könnt. Oh, diese Stadt ist auch schon auf einem netten Level. Also ja, Plan machen. Wir können erstmal hier das alles abgrasen. Langsam. Also von hier kommen wir. Also, ja, stimmt. Hier hoch sollten wir als erstes gehen. Weil hierher kommen wir nicht so leicht zurück. Und hier gibt es auch noch... Also das hier ist abgeschnittenes Gebiet. Hier gibt es auch noch ein, zwei Höhlen. Und ja, meine Truppen sehen eigentlich recht gut aus, noch. Ich würde halt die beiden gerne zusammenziehen. Oh, aus dem Weg! Zu einer Truppe. Aber es ist leichter gesagt als getan. Es gibt nicht genug Treibstoff. Also, ja, erst den Abschnitt. Dann werde ich wahrscheinlich hier unten lang gehen. Ach, das ist die Mühle. Grumnia benötigt Unterstützung. Grumnia ist die Stadt hier. Praktisch. Nee, nicht ganz. Los geht's! Und Grumnia braucht wieder Unterstützung. Wahrscheinlich jetzt eine der Höhlen hier zerstören, oder? Ja, das ist die Höhle da hinten, die wir zerstören sollen. Es gibt nicht genug Treibstoff! Ja, jedes bisschen Geld zählt. Und ich mach mal hier ein Quicksal. Aus dem Weg! Und ja, dann wäre ich da oben zur Gobbo-Stadt. Wobei, ich sollte eigentlich gleich zur Goblin-Stadt ziehen. Aber wie kommt man da hoch? Hier, hier eigentlich. Erst hoch zur Goblin-Stadt ziehen. Und dann den Bereich machen. Und dann hier rüber, den Bereich, ja. Los geht's! Ihr habt eine Aufgabe für mich? Ja, mehr ja als nein. Ja, natürlich. Ihr habt meine Gedanken gelesen. Mehr ja als nein. Hier, hier. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Hier. Es gibt nicht genug Treibstoff. So, hoffentlich bringt das den letzten Goblin-Trupp auch noch etwas. Founce-Punkt da ein. Das ist ein guter Ort zum Halten. Und ja, wo sind meine? Die sind hier. Euer Wunsch ist mein Befehl. Nein. Schmeißt du es immer raus? Schneller, höher, stärker. Jawohl. Schneller, höher, stärker. Euer Wunsch ist mein Befehl. Ja, es ist ein guter Ort zum Halten. Los geht's. Los geht's. Die Ruine ist down. Oh, hier sind nochmal Ressourcen. Ja. Ja, ich glaub, das wird ich nachher alles in der Goblin-Stadt verkaufen. Was sich da so zusammenträgt. Ihr habt meine Gedanken gelesen. Seid bloß ruhig. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Ihr habt eine Aufgabe für mir. So, da haben sie Holz noch im Wald. Naja, ich geb zu, Speergoblins sind jetzt nicht so stark wie Orkkrieger. Es gibt nicht genug Treibstoff. Hm? 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 Ihr habt meine Gedanken gelesen. Aus dem Weg! So, die sammeln das ein. Ihr habt eine Aufgabe für mich. Also ja, ich werd wirklich erst in die Goblin-Stadt ziehen, damit ich meine Einheiten upgraden kann und aufwerten kann. Werd mich dann hier oben in dem Nordgebiet umsehen. Natürlich! Wir machen keine leichten Sachen. Es gibt nicht genug Treibstoff. Los geht's! Und? Ich jade alles in die Luft. Ich jade alles in die Luft. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Los geht's! Na gut. Jawohl! Also ja, die Krypte hier. Los geht's! Aus dem Weg! Oh-oh! Schtt! Aus dem Weg! Dies ist ein guter Ort zum Halten! Dies ist ein guter Ort zum Halten. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Dann schenke ich mal die vor. Die sollen ja noch Erfahrungsmitte sammeln und gegen das kleine Skelette. Ist das sehr einfach. Es gibt nicht genug Treibstoff. Dies ist ein guter Ort zum Halten. Ich meine, man sieht, meine Tankkette macht schon kurz im Prozess mit so ein paar Einfahrenskeletten. Ich bin hierher. So, okay. Jetzt geht's auf die Hauptstraße zurück. Also hier haben wir alles gesäubert. Jetzt geht's hier wo? Und da auf die Hauptstraße, ja. Es gibt nicht genug Treibstoff. Also ja, wenn man es sich so ansieht, haben wir hier schon eine kleine Armee. Das können wir aber auch nur mit Goblins haben, weil Goblins halt mit acht Einheiten große Trupps haben. Teilweise, also die Schwerträger von den Goblins. So, jetzt haben die Orks hier etwas Frieden. Äh, okay.